Der muss dringend ruhig gekehrt werden, dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett werden, ich kann grad schlecht. Toni, ja. Seit wann sitzt du im Rollstuhl? Kein Rollstuhl. Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das. Denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deine über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bildete es mir nur ein. Ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torwart. Ich bin glücklich. Geben's mir bitte schönes Tempo. 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 Das neue deutsche Mutzmagazin. Tempo. Hass und Liebe. Sturm und Drang. Angst und Lust. I love Tempo. Po, 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 po. Ich bring auch noch mein Date mit. Die Leute schauen sich prächtig zu haben, die Serien. Hm. Wir haben eine tolle Beerdigung bekommen. Vielleicht lasse ich meine auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Badezimmer umgekehrt haben, bevor es zu deine Schwester hat. Das ist aber schmucklos.